Cybersicherheit ist sehr komplex und für viele schwierig und gar nicht einfach fassbar. Daraufhin haben wir uns entschlossen, das Thema auf eine spielerische Art und Weise erlebbar zu machen. Die Teilnehmenden schlüpfen in die Rolle von Cyberfachpersonen und müssen so Sicherheitslücken entdecken, wie sie eigentlich in jedem KMU vorkommen. Die Herausforderung, die uns neben anderen sicher am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat, war vor allem, wie können wir das ganze Spiel in zwei mobile Anhänger bauen. Wie kann man das komplexe Thema Cybersecurity an KMU handlungsauslösend kommunizieren? Diese Frage hat sich heute Mobiliar gestellt und realisiert, dass es nicht über klassische Werbemassnahmen funktioniert. Mit Cyber on Tour hat die beauftragte Agentur Black Pearl Production ein persönlich erlebbares Sensibilisierungstraining auf Bein gestellt und damit der Mobiliar ermöglicht, sich innerhalb des Bereichs als Expertin zu positionieren. Nach einem erfolgreichen Pilot im 2023 geht es in diesem Jahr an 2021 Standort weiter. Uns hat die Cleverie herangehensweise an das komplexe Thema absolut begeistert. Darum gibt es einen Cyber Award. Herzliche Gratulation! азbinden Aufnahme 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 Vielen Dank.